Leute, heute gibt es einen richtig genialen Horizon Movement Trick, wenn ihr im Skydive seid, mit dem der Gegner eventuell nicht rechnet, wenn ihr auf einen zufliegt, der euch vielleicht schon im Visier hat. Ich mache es einfach mal vor und danach erkläre ich euch, was ihr zu beachten habt. Wir versuchen jetzt hier auf dem Dach zu landen. Och, da ist gerade ein Dummy. Perfekt. Zack, habt ihr es gesehen? Ich habe so eine Art Doppelsprung, könnte man fast sagen, in der Luft gemacht. Das ist quasi das Momentum, was ihr habt, wenn ihr normal mit dem Gravity Lift ganz nach oben geht und dann, wenn ihr die höchsten Punkte erreicht habt und einen Schritt nach vorne macht, macht er so einen Sprung. Und das ist genau der Sprung, den ihr quasi macht, den ihr dem Gravity Lift, den ihr hier quasi vor dem Jump Tower unterbrecht, den macht ihr quasi nicht. Der bleibt irgendwo im Flug noch gespeichert. Es ist aber ganz wichtig, dass ihr den Gravity Lift so nah wie möglich, am besten hier vor die Kante legt und noch vor dem höchsten Punkt, am besten so schnell wie möglich, gleich an den Jump Tower rangeht. Und ihr dürft natürlich den Sprung nicht zu spät ausführen oder auch nicht zu früh. Ihr solltet auch den Sprungknopf nicht spammen, weil dann macht ihr den vielleicht ungewollt an einer Stelle, wo es einfach keinen Sinn macht. Wir machen das jetzt nochmal. Zack, gleich ran, ohne vorher springen zu drücken. Jetzt machen wir das Ganze mal hier. Und vor allen Dingen wichtig ist, der Sprung funktioniert erst, wenn ihr wieder in dieser Landeanimation seid. Also nicht im Steilflug, sondern in der Landeanimation. Ihr habt es gesehen und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, dass das nicht funktioniert, wenn ich zu weit weg bin. Zack, wenn ich das jetzt hier mache, weil da aktiviere ich quasi die Reinsprung-Animation schon. Und so ist dieser Sprung nicht mehr gespeichert und ich konnte jetzt hier Spam drücken, was ich wollte. Also so nah wie möglich am Jump Tower platzieren und noch während ihr nach oben steigt, sofort da dran. Und dann in der Landeanimation könnt ihr diesen Sprung vollführen und den Gegner so richtig verarschen. Und damit rechnet der garantiert nicht.